Ja, Löhle, Hallöhle, Hallöhle! Wie geht's euch denn, Söhle? Auf jeden Fall wollen wir jetzt in die Höhle hinein. Von Baba. So hieß der doch, oder? Ja, Baba. Und es ist eine Höhle, ihr seht es, es ist eine Räuberhöhle. Babas Höhle. Und ich hab den sozusagen, ich hab den so gut wie gar nicht mehr im Kopf. Also ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Ich war absolut nicht mehr in Erinnerung. Was mich dort als Endboss erwartet, das hab ich komplett aus meinem Kopf verbannt. Ja, komm mehr. Oh, das war schon mal lustig. Holy shit. Okay. Also ich hab die Höhle, ich wusste nur noch, dass es eine Höhle war, aber ich wusste nicht mehr, was in der Höhle vorkommt, was ich hier machen muss und so. Und man könnte es fast als blind bezeichnen. Auf dem Grund des Was ist es ein Schalter. Betätigt ihn und sammelt alle Ringe, die von den Truhen freigeben werden, um eine Belohnung zu halten. Liebend gerne. Ne, so. La, la, la. Ringe. Hab ich den jetzt eingesammelt? Anscheinend. Ja, doch, hab ich. Gut. Das schaffst du, Bugs. Noch einen. Yeah. Cool. So eine Belohnung lässt sich gerne blicken. Und noch einmal. Du hast es geschafft. So, hier sind überall Schatzthronen. Ja, ja, ich weiß. Ist mir doch egal, dass ich mich hier unbefugt aufhalte. Was lachst du hier so rum? So, jetzt was für Tests zu tun. Oh. Fütter mich? Etwa. Oh, jetzt soll ich... Ach so, vielleicht... Ne, warte mal. Kann das nur Bugs machen? Oh. Oh, er wollte da mitgefüttert werden. Tja. Wie süß. Das kann nur Bugs machen. Ist ja doof. Zack. Ring. Das ist cool. Und... Mam, mam. Nom, nom. Ah, cool. Damit das Einzel aktiviert. Großartig. Aktivieren nun die anderen. Ich glaube, beim Löwenkopf ist dann der Endboss. Wie es scheint. Komm her, wenn du cool bist. Ach, du bist nicht cool. Ich wusste es von Anfang an. Du bist nicht so cool, wie du denkst. Na, komm her. Ja. Ich nehme an, dich muss ich füttern. Na? Yeah. Noch drei Stück. Ach, da habe ich mich wohl eben verzählt. Ich dachte, das wären... Ich dachte, das wären nur vier Dinge. Aber es sind fünf. Da sind noch welche. Geht das auch runter? Yeah. Ring. Ach so, die verbrennen dann. Okay. Ring. So. Das sieht gut aus bis jetzt. Die erste Eckmeekiste. Das ist schlecht. Eigentlich hätte ich jetzt schon gern zwei oder drei. Man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? So. Wenn ihr die zueinander passenden farbigen Fliesen in den Raum kombiniert, erhaltet ihr eine Belohnung. Aber Vorsicht. Falls ihr dreimal versagt, werden sich die Löwen um euch kümmern. Wollt ihr es wagen? Okay. Aber das war hier, ne? War das noch dort? Falsch. Versuche es nochmal. Hä? Äh, was? Die sind ja komplett anders jetzt. Oh, shit. Oh, shit. Aber, Bugs. Okay, jetzt muss ich... Das muss ich mir mal merken. Mann. Okay, so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Die waren doch nicht komplett anders. Oh, ich Idiot. Zack. Zack. Und zack. Zack. Und zack. Dann... War hier so eine. Genauso wie hier. Und dort. Und dort. Und dort. Und dort waren die Roten. Gut. Glückwunsch. Hier ist eure Belohnung. Yeah. Scheiß Löwen. Tja, aber coole Höhle. Muss ich ehrlich zugeben. Für den Bossunterschlupf ist er ziemlich cool. Hey. Ist das ein Fleder? Oh, wie putzt sie nicht. Guck dir die Fledermäuse an. Was zum? Guck dir die Fledermäuse an. Haha, wie geil. Na. Mach zu. Mach Mund zu. Du stinkst. Ring. Das ist wohl dann das letzte Ding, weil es fünf Dinger hat hier. Ja. Musstest du. Und das andere hat das vorletzte hat vier Starten zum Futtern. Zum Futtern. Zum Füttern. Natürlich. Ja, das Ü macht den Unterschied. Aber wo sind die? Und vor allem, wo sind die letzten Ekmekisten? Ich höre wieder so einen scheiß Gentle Meme. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er ja. Den werde ich kriegen. Den werde ich kriegen. Und los. Hahaha. Mann, bin ich gut. So. Mann, diese Höhle ist echt verzwickt. Okay, da ist eine Ekmekiste. Das ist gut. Hallo, du Scheißer. Eine Schindel. Wo ist Tess eigentlich? Oh, Tess ist immer noch hier. Max macht hier alles im Alleingang. Der ist voll Styler. Voll Pro, Mann. So. Und so. So, die zweite erste. Oh Gott. Hier sind die Ekmekisten aber mal komisch und schwer versteckt. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ja, oh Mann. Ich weiß nie, wo ich wirklich hier bin. Ei, ei, ei. Okay, da ist noch eine Ekmekiste. Das ist gut. Für Ekmekisten bin ich immer. So, die dritte. Das ist gut. So. So. Aha. Mhm. Da ist noch eine Kiste. Was soll denn hier sein? Oh. Okay. Dann haben wir wohl den Weg zum Endboss freigemacht. Aber dort werde ich noch nicht hingehen. So. Oh. Nom. Da ist ein 25er. Gut. Und hier ist eine Ekmekiste. Eine fehlt uns noch. Jetzt geht das mit den Ekmekisten wieder voran. Das ist gut. So will ich es auch. So. Wie viel gibt es denn hier? Ich hoffe mal nur 300. Äh, ja. 300 nur. Gut. Das ist sehr gut. Das ist geheiligt seit die 300. Trotzdem. Wo könnten jetzt noch fast 100 Stück sein? Ekmekisten und der andere 25er? Wow. Oh, hier ist was. Felsbrocken blockiert etwas. Wow, ein Luftstrom. Okay, wir kommen der Sache näher. Hallo? Oh, Mann, ey. Ist doch nicht zu glauben. Wo bekomme ich denn? Wie soll ich denn da drauf kommen? Oh, das ist doch nicht wahr. Darum ist Glitzer. Ich will Glitzer. Mann. 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 Das ist doch nicht wahr hier. Es sieht immer so aus, als wäre der da kurz runterkommt. Und dabei ist das nur ein Grafik-Bug. Ist scheiße. Haha. Muss ich das wohl später machen? Ich glaube, das ist sogar das letzte eigentlich zum Einsammeln. Geht es hier nicht sogar wieder raus? Ach, hier bin ich hier wieder. Mit so einem verkackten Löwen. Na, du Scheiße. Okay. Keine Panik. Keine Panik. Das wird noch. Ich muss nur lernen, wie es geht. Du bist scheiße. Der bemerkt mich nie, wenn ich es will. Mann. Wie soll ich denn hier hochkommen? Na, komm schon. Mann. Mann. Haha. Habe ich die Auatsch getan? Ne. Selbst. Haha. Wie mache ich das denn? Der will da nicht in den Luftstrom rein. Dieser Scheiße. Das ist jetzt irgendwie kacke. Das ist scheiße. Scheiße und kacke ist das. Ja, Bugs. Ich raste aus. Okay, bringt wohl nichts. Hä? So eine Scheiße. Jetzt komm doch mal her, wenn ich es will. Meins stirbt. Ah. Komm her. Bist du scheiße? Es stirbt. Mann. Ey. Hilfst doch nicht wahr. Ja. Ja. Okay, ist diese Kammer. Hier steht etwas geschrieben. Das Löwenmau wird sich öffnen, wenn der Pfad fertig ist oder so. Okay. 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 Ey. Hä? Äh. Ne. Ne, ne, ne. Mann, oh. So. Mir fehlen noch 50 Stück. Eine Ecken in die Kiste 25 und dann nochmal eins in 25. Äh. Mann, ey. Ich wette, das ist alles bei diesem Windstrom. Wen lachst du denn überhaupt aus? Deine eigene Dummheit? Ja, genau. Das würde ich auch jetzt kurz denken, ey. Ah. Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. Mann, ey. Komm schon. Ist auch nichts. Nichts. Wo war denn jetzt nochmal das mit dem Luftstrudel? Ja, ja, ich weiß. Ah, jetzt bin ich schon wieder bei dieser Schatzkammer. Das ist doch hier nicht wahr. Wo war denn das nochmal? Oh, Mann. Es ist doch... Kann doch nicht wahr sein. Nein. Nein. Mann. Jetzt komm schon, Bugs. Du findest wohl diese doofe Kammer, ey. Ich glaub, da hinten war sie. Ja. Aber wie komm ich verdammt nochmal da drauf? Das ist doch... Da ist die letzte Ekmekiste. Seht ihr durch den Glitch das? Ja. Dann ist hier sicherlich noch ein 25er da oben. Das wette ich. Das glitzert doch schon so. Wie komm ich dort oben hin? Ach. Mann. Das Offensichtlichste. Das krieg ich nicht auf Reihe. Mann. Jetzt kommen, Bugs. Wir haben einen Endboss zu besiegen. Ja, genau. Äh. Hm. Ja. Oder vielleicht mal ein Sprachkurs. Okay. Was zum... Oh. Äh, tut mir leid, Baba. Diese Scheide sind irgendwie mit den Gongs verbunden. Äh, Baba scheint nicht schwerer, als eine Kiste zu sein. Wahaha! Es hat auf jeden Fall was mit den Kisten auf sich. Bam! Achso, gucke mal. Mann! Setz dich da drauf! Mann, das ist doch wohl... Da, da, da... Du bist scheiße! Hä? Man kann ihn jetzt hochheben? Und dann? Ja, genau, so sehe ich es auch. Okay, Baba. Bist du bereit, dein Schicksal wieder entgegenzutreten? Bam! Ich habe echt voll verpeilt, wie man den besiegen muss. Achso! Achso! Ziel genau! Guten Flug! Achso, geht der. Äh, genau. Na, komm her, Baba. Bam! Vor allem, wo kommen die Kisten her? Das würde ich gerne mal wissen. Ziel genau! Tschüss, Baba! Hahaha! Wenn du meinst, Baba! Wenn du meinen, Baba! Wenn Baba meinen so! Äh, wachs, 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 wachs! Oh, Gott! Wow! Wow, wow, wow! Komm her, Baba! Boom! Tja, das muss sicherlich auch wirklich voll wehtun. Kein Wunder, dass der keine Sätze mehr richtig reden kann, wenn der so die ganze Zeit so eine Schatzkistung auf den Kopf geknallt kriegt. Aui, auui, guten Flug! Und wenn er dann immer gegen diese Dinger fliegt, auch nicht zu wundern. Wenn du meinst, Baba sei sehr wunderlich. Ah, Bugs, Bugs, rennen! Haha, Baba, ein letztes Mal! Aber er ist irgendwie ziemlich simpel für einen Endboss. Wenn man die Taktik einmal raus hat, dann ändert sie sich auch nicht weiter. Es ist immer wieder das Gleiche. So, und tschüss, Baba! Guten Flug! Was für ein Armleuchter! Genau. Oh nein, Duff, oh nein! Mann, Duffey! Du Scheißente! Ausgezeichnet, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich habe Duffey und das Zeitjuwel entdeckt. Die Ente befindet sich in der transsilvanischen Zeit. Ihr habt genug Zahnräder gesammelt, um dort hinzugehen. Lasst mich vorher nur das Tor aufmachen. Ja, Leute, die transsilvanische Zeit. Die letzte Zeit, die letzte Welt und meine Lieblingszeit. Weil da einfach nochmal so viele geile Ideen drin sind. Aber das werdet ihr ja dann sehen. Ich glaube, hier können wir raus, oder? Nein? Okay, aber mach mal. Mach mal nochmal diesen Grafikglitch. Das sieht so aus, als ob da das Zeitjuwel noch drin wäre, so ein bisschen. Ach, ist jetzt auch egal. Wo kommen wir denn hier raus? Ich würde mal sagen, die große Tür. Wir nehmen die Tür. Keine Sorge, wir nehmen die Tür. Jetzt brauchen wir noch den Hunderter. Können wir nicht gleich einfach so gehen? Einfallslos. Ach ja, darauf nehme ich nochmal so einen Schluck von diesem... Wenn der mich nicht sieht, dann bin ich jetzt glücklich. Okay. Oh Gott, nein, 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 nein. Ah, das ist so... Aber es muss leer werden, sonst kriege ich keinen Pfand. Ah, das war ein Fehlkauf. Das war ein absoluter Fehlkauf. Aber irgendwie muss man es ja... Und trinken und wegkippen ist Verschwendung. Also so verschwenderisch bin ich jetzt auch nicht. Und wo war nochmal dieser scheiß Hunderter? Ne, Babax. Der war auf den Dächern. Auf den Dächern von Arabien. So. Die Dächer Arabiens. Hier war der doch irgendwo, oder? Ne, ne. Ach ja, da. Okay, ich sehe. Aus dem Weg. Hier ist ein Hase in Business. So. Okay, gucken wir uns den Bestand an. Okay. Das... Warte mal, 74%? Warum 74%? Ich habe doch in jeder Welt alles. Ähm. Warum dann nur 74%? Ist die Transsilvanische Zeit etwa so groß, dass sie 26% wert ist? Hm. Ich habe keine Ahnung. Aber gehen wir erstmal zurück nach Grand Witch. Yeah. So, Freunde. Und damit ist der Part, denke ich, auch zu Ende. Ach ja, die Arabische Zeit. Das ist eine doofe Zeit. Aber wir haben sie geschafft. Und als nächstes kommt meine Lieblingszeit. Die Transsilvanische Zeit. Zumindest erinnere ich mich noch als Kind. Das war meine absolute Lieblingszeit. Ich habe da... Oh, dass... Dass leider so viele Ideen nochmal drin sind einfach. So. Hallo, du kleiner Bayer. So, ich gehe schon mal hin, aber noch nicht rein. So. Und hole den Test mal wieder. So. Und dann begehen wir uns zur Transsilvanischen Zeit. Im nächsten Part, Freunde. Und erwarten viele gruselige Monster, was in Transsilvanien allzu üblich ist. Frankenstein, eventuell auch. Vampire. Und allen möglichen Zombie-Scheiß. Bis dahin erstmal. Tschüssi.